Argon Pogaton ist hier Mein Arme braucht doch einen C'mon, c'mon, c'mon Ok, let's try something different Yo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Our Watch Noch die Vorstellung, heute spielen wir mit Pharah Ja, eine Braut Die Alaketenwerfer hat Drommelfeuer, Senkrechtstarter Erschütterungsimpuls und Schwebedüsen Lässt dich schweben gedrückt halten Alles klar, jetzt schauen wir mal Wie viele Lebenspunkte sie hat Ja Sie hat auch 200, wie die normalen Und wie kann ich Ah, ok, mit Leerraste kann ich Schweben und mit Umschalt Fliege ich hoch und kann dann auch noch Schweben, alles klar Und mit E Schieße ich Lacketen ab Und sie denkt sich jetzt What the hell? Ok, alles klar Wir Wir haben die Verteidigungsposition Ja, und in 30 Sekunden geht's los Und wo sollen wir uns denn platzieren am besten? Am besten auf der Statue Geht sich das aus? Ja Yes First try Hahaha Nice Das finde ich immer nice Ok, also E Lacketenwerfer Umschalt ist Boost Ok Ah, und Ah, ok Oh shit Oh shit 1 Angreifer Nähert sich 3 1 1 2 1 2 2 4 4 5 5 5 5 6 5 Ich konnte jetzt mal fliegen Boah Volle Breizeiten her Und nochmal fliegen 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 Ok, und da Genji hat's auf mir abgesehen Ja Ok, das Oh, wie viel hält der aus? Ok Ok, boah, das war nicht viel Ok Ok, wann haben wir denn den ersten Kill? Und Können wir fliegen? Boah, das war knapp Ok, irgendwie halte ich jeden in Ausschuhe Ja Und wir Achso, ok, wir können FTS-E benutzen Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Ok Also Ok Ich bin Kackt worden Ah shit, der ging daneben Boah, alter Also entweder halte ich das ganze gegnerische Team Oh shit, jetzt werde ich gleich da Oh shit, ich höre mich selber Come on, come on, come on, come on Das gibt's ja nicht, was haltet denn die aus? Die Tra... Ja Ok 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 Ulti ready Nice Ulti ready Da muss... Come on, der kommt bei mir vorbei Nice Ok Ja, ihr habt mal im Fun Ich verteidige mal alles, was geht Da oben denkt er sich What the hell Der setzt zwei Ulti ein Für nix Ok, ja, also Ich glaube, Fear is hübsch, ein spaßiger Charakter Ja Macht eigentlich launisch Äh, macht eigentlich launisch? Das war nicht deutsch Macht laune Ok Ah, schade Ok Jetzt hoffe ich, dass sie es verteidigen können Ja Es wird nicht schwierig Es wird nicht schwierig Ah, wo bin ich denn? Ah, ich bin ganz hinten Ich kann verteidigen zuerst ganz kurz Ich bin nicht so schnell Ja, nice Nice Du sagst, brauchst du mir gar nix zum mitdrehen Ok Ich bin gleich da Nice C'mon, c'mon, c'mon Nachlaun Kill Ah, ich finde den echt nice Also sie Sorry, ist ja auch Frau Boah Ist ein bisschen unfair, dass da die Kreten die ganze Zeit da geschossen werden Aber Ähm Hahaha Ja, der Gensche, der hat es auf mich abgesehen Das habe ich schon gesehen Hahaha Oh, ist das Bess Oh, lol Alter Das ist, das ist irgendwie Irgendwie ist das unfair Also die Ich würde nicht sagen, dass Junkrat OB ist Sondern Eher Farah Weil, was soll wir da machen? Sie hat B scholars Schau ich bin sogar OWOWOWOWOWO Okay Geht es euch so aus? Oh shit, jetzt haben wir mich selber gegrillt. Okay, 17 Sekunden, 16 Sekunden, ja. Das schaffen sie schon noch. Oder vielleicht geht nur die Ulti. Na, leider, die Ulti geht nimmer. Okay, die Ulti geht nimmer. What the fuck. Okay, Pharah. Ja, hat's in sich. Ist Verlängerung, aber ich glaube, wir werden's schon meistern, oder? Okay, aber vielleicht haben wir nur Ulti-Fly, wenn's das so ausgeht. Nee, mit dem gewonnenen. Mit dem gewonnenen. Schauen wir mal, next week on YouTube. Gar nicht mehr. Next week on YouTube. Und yo, Leute, das war die Charaktervorstellung von Sarah, ja, von Pharah, ja. Und wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da für weitere Videos, natürlich ein Abo, ja. Ich bin leider nicht dabei, ich hab nur verteidigt und schaden gemacht. Yo, ciao.